Die Stimmung hier im Festteil Kreuzberg ist unglaublich. Ich bin total begeistert. Ich habe selten so ein entspanntes und authentisches Event erlebt. Die Atmosphäre ist geil, besser kann es nicht sein. Die Trade-Off, weil da dreht sich natürlich alles um Decision Intelligence. Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie kann uns künstliche Intelligenz dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen? Es geht darum, die richtigen Leute zusammenzubringen, um gemeinsam zu diskutieren, um uns alle auf den richtigen Weg zu bringen. Das Tolle ist, dass wir hier extrem viele Experten haben, die das Thema vorantreiben und die sich gegenseitig helfen wollen und austauschen und diskutieren. Was mich hier wirklich fasziniert, ist die große Bandbreite an Inhalten. Es gibt Keynotes, es gibt Masterclasses. Man kann Dinge ausprobieren hier vor Ort. Es gibt sehr, sehr viele informelle Gespräche, auch abseits. Vom Thema der Anwendung, vom Thema der Technologie, aber auch dazu, was es mit den Menschen macht und wie es am besten in den Unternehmen adoptiert werden kann. Alles muss zusammenkommen, damit wir so ein Grundkonzept dafür haben, wie unsere Zukunft gebaut werden soll. Es macht total viel Spaß zu verstehen, wie die KI sich auch weiterentwickelt, wie andere Unternehmen über KI denken und was für Anwendungsbereiche die vor allem sehen. Für uns ist KI Teil der Unternehmensstrategie. Wir wissen, dass wir es brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein. Was ich hier super finde, ist, dass man praktische Lösungen hört und vor allem sich auch mit den Leuten über ihre Herausforderungen austauschen kann. Das Schöne ist, dass beim Trade of Summit, glaube ich, jeder was rausziehen kann. Es sind ganz verschiedene Facetten, manchmal auch überraschend was Neues. Der Aufstieg auf den Berg ist eine wunderbare Metapher für große Herausforderungen. KI ist ein riesiges Abenteuer, auf das wir uns einlassen. Und es geht um den Austausch hier, sich gegenseitig zu inspirieren und viele neue Ideen mit nach Hause zu nehmen. Ich finde es toll, dass hier auch so viele Frauen dabei sind. KI ist kein reines Männerthema und es ist wenig Bullshit-Bingo und ganz viel Real-Talk. Das finde ich großartig. Die Trade of ist für alle wichtig, die sich mit Leuten aus der Branche vernetzen wollen, Austausch wollen, auf Augenhöhe. Egal ob Startups, Corporates, Legal People, AI-Leaders, alles dabei. Die Atmosphäre hier ist wirklich wahnsinnig familiär. Man kommt schnell ins Gespräch mit den Leuten. Es macht total Spaß, hier zu sein. Und es ist total spannend, Impulse für die eigene Arbeit mitzunehmen. Ich finde es super hier. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.